Das ist die neueste Folge von Local Events für Januar und Februar 2014. Unter dem Titel der Nationalsozialismus in der Mainzer Erinnerungskultur Fahrt der Erinnerung, Stolpersteine, Haus des Erinnerns für Demokratie und Akzeptanz findet am Donnerstag, dem 23. Januar um 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses der Stadt Mainz ein Vortrag mit anschließender Diskussion statt. Als Teil ihrer Abschiedstour kommt die Inni-Pop-Band Cargo City am 24.01. um 21.30 Uhr ins Schönschön in Mainz. Mit unterschiedlichen Stilelementen aus Pop, Jazz, Funk oder Soul lässt die Sängerin Susanne Heidrich und Band keine Gelegenheit aus, ihr Publikum zu faszinieren. Falls euch sowas interessiert, kommt am 22.02. um 20.30 Uhr ins M8 in Mainz. Das war's auch schon wieder und bis zum nächsten Mal.